Es ist natürlich ein Geschenk, so etwas hier machen zu dürfen, an diesem Haus. Großer Gott, wenn Sie nur ein Ohr hätten, wüssten Sie, was man mit Ihnen macht. Ich bin Katharine Merling. Ich spiele und singe und interpretiere die großartigen Lieder von Hans Eisler, Paul Dessau, Kurt Weil mit den Texten von Bertolt Brecht. Fremder als der Mond ist ein Work in Progress. Es ist ja ein Abend, den es noch nie vorher so gab in der Konstellation mit Paul, mit den Texten, mit den Liedern, die speziell für diesen Abend eben zusammengestellt wurden. Ich würde sagen, es ist ein Brecht-Kaleidoscope, es ist eine Collage und die sich entwickelt teilweise in autobiografische Texte. Die Chronik der Zeit und die Texte sind erschreckend aktuell. Da werden wir das Volk beenden. Ich darf auf dieser Bühne des Berliner Ensembles das Lied der Mutter Courage singen. Und das ist eine Verbeugung vor Helene Weigel und dieser legendären Inszenierung von Bertolt Brecht. Und ihrem Kriegs- und Totentanz.